Rolf-Oskar Ewald Günther Herricht war ein deutscher Schauspieler, Komiker, Musical- und Schlagersänger. Er war Teil des Komiker-Duos Herricht und Preil. Leben seine Kindheit verbrachte Rolf Herricht in Magdeburg. Nach kurzem Fronteinsatz im Zweiten Weltkrieg als Flackhelfer und nach dem Ablegen des Notabiturs wurde er im Alter von 18 Jahren Requisiteur und Inspizient am Magdeburger Theater. Zugleich absolvierte er eine private Schauspielausbildung am dortigen Schauspielstudio. Als Schauspieler war er zunächst an den Theatern in Salzwedel, Stendal, Stassfurt und Güstrow sowie in Frankfurt am dortigen Kleisttheater tätig. Der Intendant des Magdeburger Theaters, Heinz Isterheil, holte Herricht nach Magdeburg zurück, wo er von 1957 bis 1961 arbeitete. Überregional bekannt wurde er dann vor allem als Schauspieler in diversen Film- und Fernsehproduktionen der DEFA. Herricht gehörte zum Ensemble des Fernsehens der DDR. Ab 1964 war er am Metropoltheater Berlin engagiert. Herricht erlangte in der DDR eine enorme Popularität durch die Sketch-Partnerschaft mit Hans-Joachim Preil. Getroffen hatten sich die beiden erstmals 1951 in Bernburg, ihr erster gemeinsam aufgeführter Sketch folgte 1953. Bis zu Herrichtstod 1981 führten Herricht und Preil fast drei Jahrzehnte lang gemeinsam Sketche auf, die Preil schrieb. Preil selbst übernahm dabei die belehrende Rolle und Herricht spielte den Naiven, dessen empörter Einwurf, aber, Herr Preil, geradezu legendär wurde. Herricht und Preil waren ein beliebtes Komiker-Duo der DDR. In der DFF-Revue Abends im Rampenlicht war er neben Dorit Gepler, Lili Ivanova und Helena von Dracova zu erleben. Herricht erhielt zweimal den Kunstpreis der DDR, am 17. Mai 1973 und am 13. Mai 1977. Die weitere Sketch-Partnerschaft zwischen Herricht und Helga Hahnemann wurde zu einer Legende. Vor allem als Paar in den Maxe Baumann-Fernsehspielen und in Zusammenarbeiten bei Ein Kessel Buntes und bei Helgas Topmusike waren beide sehr beliebt. Eine noch intensivere Zusammenarbeit verhinderte Herrichts früher Tod. Rolf Herricht war Kettenraucher und starb im Alter von 53 Jahren während einer Aufführung von Kiss Me, Kate am Berliner Metropoltheater auf der Bühne an einem Herzanfall. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Persönliches Rolf Herricht galt privat als zurückhaltende, verschlossene und melancholische Persönlichkeit. Er war seit 1968 mit Christa Herricht verheiratet. 1969 wurde die Tochter Dana geboren. Eine enge Freundschaft verband ihn mit Gerd E. Schäfer. Rolf Herricht starb im Jahr 1981 und wurde auf dem französischen Friedhof in Berlin beigesetzt. Im Jahr 2001 starb seine Ehefrau Christa und wurde im gleichen Grab beigesetzt. 2021 wurde das Grab aufgelöst und auf Wunsch der Hinterbliebenen eingebnet. Der Grabstein wurde von der Familie selbst abgebaut und in Verwahrung genommen. www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv